Ist Ihnen das auch schon einmal passiert? Nein! Notruf 112 ist ab sofort Geschichte. Und das ist nicht das einzige, was sich ändert. Das Notruf-Team ist ab sofort Geschichte. Und das ist nicht das einzige, was sich ändert. Das ein Team ist ab sofort Geschichte. Und das ist nicht das einzige, was sich ändert. Eins und eins ist ab sofort Geschichte. Und das ist nicht B***. Und hier kommt auch schon die neue Nummer. 3 4 4 5 5 6 4 5 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 6 5 6 6 5 6